Hallo, ich bin Alexandra. Ich komme aus Berlin, bin hier sogar geboren. Und ich finde die kulturelle Vielfalt hier absolut fantastisch. Auch, dass so viele Menschen aus den verschiedensten Nationen zusammenleben. Trotzdem denke ich, dass wir noch nicht die Vielfalt und den Glanz von den 20er Jahren wiedererlangt haben. Insofern können wir uns auch noch weiter ausbauen darin.